Guten Morgen, meine Damen und Herren, willkommen zu den Masse. Howdy! Im amerikanischen Ferguson war ganz schön heiße, nee, dicke Luft. Aber warum denn so sauer, Freunde? Da wird ein unbewaffneter schwarzer Junge mit zwölf Schüssen von der Polizei getötet. Und dann entscheidet eine Jury, dass gegen den Polizisten nicht einmal ein Gerichtsverfahren eingeleitet wird. Neue Rassenunruhen in Amerika. Wow, die klauen ja sogar Küchenrollen. So, Mr. Yes, we can. Zeit für eine flammende Rede. Wir sind eine Nation, die auf Rechtsstaatlichkeit errichtet wurde. Deshalb müssen wir die Entscheidung der Grand Jury akzeptieren. Oh, 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 Obama. Vielleicht sollte deine rechtsstaatliche Nation mal lieber an die laxen Waffengesetze ran, hm? In Missouri benötigt man noch nicht einmal einen Waffenschein. Das erklärt auch, warum in Amerika ein Polizist nicht lange fackelt. Ja, Obama hat auch nicht lang gefackelt. Der hatte schon einen Tag später wieder Wichtigeres zu tun. Truthahn segnen. Sei gesegnet, du weiße, große Gockel. Mal wieder Zank im großen Koalitionskindergarten. Das Koalitionsklima wird herbstlich kühl und doch eher etwas ungemütlich. Und der schönste Streit ging um ... Dadam! Die schwarze Null. Welche? Die? Oder diese hier? Oder gibt es bei euch etwa noch mehr Nullen? Die rote Null ist der Stegner. Also insofern ... Ha, 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 du Knallfrosch. Na komm, du rote Null. Du darfst auch noch mal stänkern. Also mit Nullen kennen die sich einfach besser aus in der CDU. Ach, Kinder, hört auf euch zu balgen und ab ins Bett, ihr Schnulli-Nullis. Mal sonst noch was? Ach ja, die Bahn feiert mal wieder Rekorde. Die Bahn hat nach einem Zeitungsbericht einen traurigen Rekord aufgestellt. Sie ist danach so unpünktlich wie nie. 3.787.237 Minuten insgesamt zu spät. Macht zusammen über sieben Jahre Verspätung in nur einem Jahr? Das schafft nur die Bahn.